Die Geschichte unterscheidet sich nicht grundsätzlich von den Gesetzen unserer Marktwirtschaft. Jetzt wird gestorben! Ergeben, ergeben ist ein... Der Kleinkreditnehmer, der Afrikaner, der Privatkonkurs, der Häusenbauer, damit jeder ein Teilhaber sein will von der Welt. Die Schulden, die wachsen, die wachsen, die wachsen und die Haufen oben, sie zerzwingen die Welt in die Knie, denn sie wollen ihre Pauken zurück, 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 zurück. Doch so lange wollen sie das, bis denen da unten das Blut und die Lebenslust aus den Venen hinausspritzt. Und in der ganzen Blutspritzerei, da braucht es dann immer jemanden, der für alles verantwortlich ist. Und das sind dann wieder wir, der Schwarze Peter und... Die Schwarze Petra, ja.